Nein, lass mich! Ich will meine Farbe behalten! Bleib stehen! Ich werd' dich schon noch bekommen! Und voilà! Ich hab' es gefunden! Der Trank, der dafür sorgt, dass ich wieder sehen kann? Nein, aber ich hab' ein super tolles Erfrischungsgetrick erfunden! Ich glaube, ich nenne es Cola! Was? Das hast du doch nicht erfunden! Die hast du vom Cola-Automaten unten! Echt jetzt? Oh, äh, na gut! Hey, Moment mal! Habt ihr das gehört? Was denn? Meinst du etwa das? Hey, ist das Cola? Äh, nein, das meinte ich nicht! Ich glaube, das ist die, die da rumgeschrien hat! Au! Um Himmels Willen, was ist denn hier passiert? Ist das lila? Sie sieht ganz schön bleich aus! Vielleicht muss sie mal mehr in die Sonne gehen! Nein, auf gar keinen Fall! Wenn du zu lange in der Sonne bist, siehst du irgendwann aus wie rot! Also erstens, hey! Und zweitens, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt! Das ist eine ernste Lage! Wir brauchen ganz dringend Hilfe! Kein Problem! Dr. Cedric ist sofort zur Stelle! Worum geht es? Oh, der schon wieder! Ganz genau, der schon wieder! Alles klar, wie kann ich euch helfen? Ist alles in Ordnung? Oh, äh, hi, weiß! Mit Hilfe habe ich nicht gemeint, dass wir therapeutische Hilfe brauchen! Und abgesehen davon ist das gar nicht weiß, sondern eigentlich lila! Nur ist sie jetzt weiß! Was das bedeutet? Ich weiß es nicht! Oh, warte mal, das bedeutet, also sie hat ihre Farbe verloren? Äh, heißt das, dass es ihr noch gut geht, oder nicht? Oder braucht sie etwa auch die Hilfe von einem Doktor? Man braucht kein Doktor sein, um mit Sicherheit sagen zu können, dass sie tot ist! Ich lebe! Okay, sehr gut, ich bin Wissenschaftler und kein Doktor! Oh, hey, sie lebt ja scheinbar wieder, na dann ist ja wohl alles gut, oder? Auftrag erfüllt! Leila, schön, dass es dir gut geht! Ich sehe überall Farben! Ich muss sie auslöschen! Ähm, Leute, ist sie immer so drauf? Ähm, nur wenn sie Hunger hat oder müde ist! Aber sie ist gerade beides nicht, also sollten wir laufen! Ah, schnell weg hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die ist doch nicht mehr ganz sauber! Oh Mann, Alter, was habt ihr denn mit dir gemacht? Ich, ich habe gar nichts gemacht! Ich bin ein harmloser Wissenschaftler! Ich würde nie jemandem was zu leide tun! Ja, abgesehen davon, dass du vier Leute in Rainbow Friends verwandelt hast, ohne dass sie das wollen! Ja, okay, ich bin halt kein perfekter Wissenschaftler, aber damit habe ich nichts zu tun, das schwöre ich! Ähm, Leute, sollten wir uns eigentlich um sie Sorgen machen? Seid ihr da drin? Ich kann euch riechen! Äh, oh Mann, welches Monster könnte ihr nur das angetan haben? Verdammt nochmal, wir sitzen hier fest! Ja, ich sitze auch schon fest! Oh Mann, Leute, na gut, ist auch egal! Das Intelligenteste, was wir jetzt machen könnten, ist auf jeden Fall hier zu bleiben und... Ah, da drin seid ihr also! Ähm, ich korrigiere, wir sollten auf jeden Fall möglichst schnell einen Ausweg finden! Oh Mann, okay, da, da hoch, da hoch, da hoch! Oh Leute, 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 oh Gott, wir müssen hier auf jeden Fall unbedingt weg! Oh Mann, aber wir dürfen uns nicht verlaufen, okay? Denn wenn wir uns verlaufen, ist alles zu spät! Oh Mann, Alter, hier unten sollten wir auf jeden Fall in Sicherheit sein! Auf jeden Fall! Lila hat absolut keine Ahnung, dass es diesen Ordi unten gibt! Das ist richtig, allerdings muss jemand von uns den Eingang im Blick behalten! Grün! Alles klar, ich bin immer bereit für eine neue Mission! Oh, bist du dir sicher, dass er der Beste für diese Aufgabe ist? Na klar, er ist derjenige von uns, der am meisten entbehrlich ist! Ah, jetzt macht das alles Sinn! Oh, hey, wollen wir Freunde sein? Hey, was, was machst du da? Ah! Oh nein, ich verspüre so einen Hass! Auf alles, was Forme hat! Ähm, war das das, womit du gerechnet hattest? Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass Grün sich verändert hat! Allerdings nicht so, wie ich das wollte! Ähm, okay, das... Ah, das ist gar nicht gut! Oh, 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 oh! Schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier! Boah, ich hasse dieses Labyrinth, man! Warum muss es denn immer Labyrinthe geben? Wieso können die Leute nicht einfach einen Plan an die Wand malen oder so? Ich meine, das macht doch Sinn! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ah! Okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg! Oh Mann, das ist ja schlimmer, als ich dachte! Diese Krankheit scheint sich ja auszubreiten! Oh, Moment mal! Breitet sich aus? Hass gegen Farben? Sie verlieren selber ihre Farben? Könnt euch etwa... Nein, das... Das darf nicht sein! Was? Was darf nicht sein? Rosinen dürfen nicht sein! Was? Ja, mal im Ernst, wer ist diese ekelhaften Dinger überhaupt? Ich hab noch niemanden gesehen, der gesagt hat, Mann, ich liebe Rosinen! Was? Aber es geht doch jetzt gar nicht um Rosinen! Es geht um irgendwelche weißen Typen, die euch aussaugen wollen! Ach ja, richtig! Erinnerst du dich daran, dass ich vorhin gesagt habe, dass ich nicht daran schuld sei? Ähm, ja, tue ich! Eventuell bin ich doch daran schuld! Oh Mann, na, das war mir ja irgendwie klar! Vor einiger Zeit habe ich begonnen, an einem Gegenmittel für die Rainbow Friends zu arbeiten, damit wir wieder ganz normale Menschen sein können, verstehst du? Dabei habe ich zusammen mit meiner Partnerin Pink ein Lösungsmittel entwickelt, das uns von den Rainbow Friends befreien sollte, damit wir wieder ganz normale Menschen sein können und so ein Kram, du weißt! Pink hat sich dazu bereit erklärt, es mit sich selbst auszuprobieren! Und es hat nicht funktioniert, oder was? Doch, leider hat es funktioniert! Um genau zu sein, hat es sogar zu gut funktioniert! Und Pink wurde seitdem zu einem weißen Monster! Und ich dachte mir nur so, holy moly! Mann, bin ich ein guter Wissenschaftler! Aber, naja, sie wollte dann auf jeden Fall Farben auslöschen, und das war ein bisschen gruselig, und den Rest kannst du dir erdenken! Moment mal, du willst mir jetzt also ernsthaft verklickern, dass es Pink gab, und dass Pink jetzt weiß ist und sauer auf Farben ist, und dass sie das eventuell Lila angetan haben könnte? Äh, ja, du hast sehr gut wiederholt, was ich gerade gesagt habe! Oh, Rot, ich bin so enttäuscht von dir! Ich weiß, es tut mir leid, ich hätte es früher sagen sollen nicht! Und ich dachte wirklich, dass du die Cola erfunden hast! Ich habe dir vertraut, und... Was? Ach, egal! Das ist das beste Erfrischungsgetränk, was ich jemals getrunken! Ruhe jetzt! Au! Oh, Mann, Leute, jetzt hört bitte auf, kindisch zu sein! Wir müssen uns konzentrieren! Und wir müssen irgendein Gegenmittel für diese weißen Typen finden! Ich meine, das muss doch irgendwie wieder rückgängig machbar sein! Womit hast du denn das Originalzeug gemacht? Hm, lass mich mal nachdenken, ähm... Und wie lange ist das überhaupt her? Das war, ähm, gestern! Gestern? Oh, Mann, Alter, komm! Okay, lass uns nach oben gehen und ein Labor suchen, ja? Damit wir wenigstens irgendwas Gescheites machen können! Hopp, 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 los! Oh, Mann, ey, das, äh, äh, blau, kommst du auch? Ja, ich komm ja schon, aber ich bleibe diesmal liegen! Rot hat mich doch sowieso nur wieder... Du bist dir schon bewusst, dass ich dich auch treten kann, oder? Och, Mann, oh! Hört auf, Käse zu labern, Leute, los geht's! Oh, Mann, ey! Okay, gut, wo genau ist dein Labor? Können wir das hier irgendwo finden? Kommt ihr überhaupt in euer eigenes Gebäude rein? Oh, Mann, ich liebe diese Türen, die sind so lustig! Auf und zu! Auf und zu! Au, 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 ja, ist ja gut! Leute, ihr müsst leise sein, wirklich, wirklich dringend! Mann, was könnt ihr uns doch hören? Nun, das mag schon sein, allerdings ist einer von den beiden grün und der kann nichts hören. Nein, der kann nichts sehen! Ach ja, stimmt, jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. Woher kommt denn der plötzliche Geistesblitz? Naja, weil er uns immer noch nicht angegriffen hat. Was meinst du damit? Ah, oh Gott! Hm, ich hasse Farben! Seid ihr Farben? Oh, jetzt hab ich ne gute Idee! Ähm, nein, wir sind keine Farben! Wir suchen die Farben, um sie, sie zu essen! Oh, ja, das ist gut! Wir hassen Farben, ha, 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 ha! Ja, genau, wir hassen Farben, ha, 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 und so. Dürfen wir jetzt kurz durch, um die Farben zu retten, äh, zu suchen? Na klar, logisch! Hä? Aber wir sind doch Farben, das macht gar kein Saar! Das verstehe ich jetzt nicht! Was, eine Farbe? Ha, 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 ha! Oh, jetzt krieg ich dich, ich hab dich! Oh, nein! Nein! Ähm, das war jetzt so nicht geplant, aber hey, siehs mal so, blau im Gegner-Team ist, äh, quasi ein Spieler für uns. Ja, da hast du recht. Wir sollten trotzdem nicht vergessen, dass er sehen kann. Das heißt, wir sollten uns schnell verziehen! Ja, gute Idee! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann! Alter, schnell, wo, wo ist dein Labor? Los, 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 wir müssen unbedingt dein Labor finden! Mein Labor, ja, logisch, mein Labor! Äh, wo ist mein Labor? Ich, ich hab ein Labor? Wer bin ich eigentlich? Wo bin ich ja eigentlich? Ist das jetzt dein Ernst, du? Du hast wirklich vergessen, wo dein Labor ist? Mann, du wurdest dir doch schon seit Ewigkeiten! Ja, klar, aber ich hab es nie ein Labor genannt. Ich hab es eher ein, äh, Experimentier-Labor genannt. Und wo ist da bitte der Unterschied? Naja, in einem Labor macht man Laborarbeit. Und in einem Experimentier-Labor macht man Experimentier-Laborarbeit. Das ist ein ganz großer Unterschied. Okay, gut, ich weiß wieder, wo es ist. Okay, gut, solange werde ich Ausschau halten und gucken, ob wir da irgendwie irgendwelche Probleme bekommen könnten. Wo genau müssen wir eigentlich hin, wo es, äh... Wir sind schon da, wo bleibst du denn? Du hättest mir gleich erzählen können, dass wir eigentlich nur hier um die Ecke müssen. Na, schön, gut. Alles klar, sind hier irgendwo deine Unterlagen? Äh, bist du dir übrigens sicher, dass wir hier sicher sind? Na, klar sind wir hier sicher, so sicher wie nirgendwo sonst. Oh, hey, Leute, irgendjemand hat hier dieses leckere Getränk rumliegen lassen. Was ist das? Das ist Cola. Aber ich hasse Cola, denn Cola hat eine rote Farbe. Was? Cola hat Farbe? Ah, ja, es ist relativ sicher. Aber vielleicht hättest du erwähnen sollen, dass wir in einer Sackgasse sitzen. Ganz richtig, Cedric, wir sitzen in einer Sackgasse. Eine Sackgasse, oh nein! Egal, wir kriegen das schon hin. Wir können sie ja immer noch retten, solange du dich verwandeln wirst. Ah! Oh nein, Cedric, es ist zu spät. Äh, äh, ich hasse Farben. Ähm, Jungs, äh, 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 stopp, 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 ganz kurz. Ja, was ist denn? Sollen wir ihn ausreden lassen? Keine Ahnung, ich kann den Sinn davon nicht sehen. Also erstmal, du kannst generell gar nichts sehen. Und zweitens, ich bin doch gar keine Farbe. Ich bin doch nur ein Mensch. Hm, ja, hat er eigentlich recht. Ja, aber haben Menschen nicht auch Farben? Naja, wenn ihr meint, dass ihr so eine Farbenphobie habt. Ich meine, du trinkst eine gelbe Krone und trinkst gerade rote Cola. Du hast eine schwarze Sonnenbrille auf und du hast ein bisschen Rot in deinem Anzug. Oh nein, wir, wir verraten unsere eigene Existenz. Das darf doch nicht wahr sein. Wie wär's denn, wenn ihr euren Anführer einfach mal fragt, ob, ähm, ob das okay ist, wie ich aussehe. Weil ich meine, ich hab ja auch viel Weiß und so und ihr wisst ja. Hm, das ergibt für mich ziemlich viel Sinn. Ja, okay, lasst uns Weiß suchen. Okay, ich hab Weiß gefunden. Ähm, ihr seid alle Weiß, aber ich bin mir ganz sicher, dass ihr sie wahrscheinlich irgendwo da findet. Hier, hier in die Richtung. Na, bis, bis dann, Leute. Tschüss. Okay, gut, wir werden schon noch wiederkommen. Bleib da und beweg dich nicht vom Fleck. Puh, das war ganz schön knapp. Oh Mann, aber die Typen sind leider doch trotzdem verloren, weil, ich meine, ich bin kein Wissenschaftler und ich bin nicht rot. Und, naja, ich hab keine Ahnung, wie der das alles gemacht haben soll. Ich werd niemals ein Heilmittel für sie finden können. Deswegen kann ich nichts machen, außer einfach, äh, zu fliehen. Hey, Boss, wir sind da. Äh, was? Warum stört ihr mich? Wir haben irgend so einen komischen Typen gefunden, der geile Farbe ist, aber irgendwie trotzdem Farben hat. Was sollen wir mit dem machen? Äh, na, was sollt ihr denn wohl tun? Deine Farben absorbieren, genau wie bei all den anderen. Okay, gut, machen wir. Dann müssen wir sofort wieder hoch zum Labor. Zum Labor? Ihr, ihr habt ihn alleine im Labor gelassen? Ja, klar, ist das ein Problem? Ah, ihr Volltrottel. Der ist doch schon längst über alle Berge. Oh. Siehst du, von wegen, ich bin hier der Dümmste von uns. Was soll das denn heißen? Du bist doch auch drauf reingefallen. Weit kann er nicht sein. Komm mit, wir suchen ihn. Hm, soll ich jetzt fliehen oder soll ich hierbleiben und versuchen, ihm zu helfen oder soll ich... Ah! Hallo, Cedric. Hallo, Jungs. Ich glaube, ich werde jetzt etwas sehr Vernünftiges tun. Und das wäre... Ähm, rennen! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, wieso bin ich denn so lange hier geblieben und hab darüber nachgedacht? Ach, diesen Typen kann man einfach nicht helfen. Das ist absolut unmöglich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, schnell hier rein. Oh Gott, die könnten doch hoffentlich nicht schwimmen, oder? Oh, oh. Wir kriegen dich, wir kriegen dich, wir... Wir... Hä? Was machen wir hier? Oh, äh, das ist ja interessant. Warte mal, wir. Wir sind ja wieder normal. Hahaha, ich bin ein Genie. Hm, hm. Okay, äh, gut. Hahaha, Cedric hat uns alle gerettet und ich bin schuld an der Sache. Ist ja schon in Ordnung. Hm, ja, es hört sich schon besser an. Tja, wer hätte denn wissen können, dass die Lösung für euer Problem einfach ganz normales Wasser ist? Oh Mann, ich bin so ein Glück, nicht wieder blau zu sein. Ach, ich vermisse es teilweise schon, ein Mensch zu sein. Aber irgendwie bin ich doch gerade glücklich, nicht so ein komisches, kopfloses, weißes Ding zu sein. Wir machen nie wieder Experimente miteinander. Hast du das verstanden? Ja, ja, ist ja schon okay. Oh Mann, das ist ja nochmal gut ausgegangen, würde ich sagen. Na dann, ich würde trotzdem sagen, das war's mit der heutigen Folge Roblox Blue Game. Lass uns doch einen Daumen nach oben und ein Abo-Klick, ein Abo-Klick, ein Abo-Klick, ein Abo-Klick, ein Abo-Klick, ein Abo-Klick, ein Abo-Klick und ein Abo-Klick.